Christoph Mertschi, zuerst mal herzliche Gratulation zum Sieg und herzliche Gratulation zum Einzug im Halbfinal. Es war eine sehr enge Serie. Was hat es am Schluss die Serie entschieden? Schwierig zu sagen. Der Heim ging sehr stark. Von daher konnten wir auch heute gewinnen. In den Overtime war es eine sehr grosse Erleichterung. Aber es war sehr eng. Wir sind verdient weitergekommen. Aber Lausanne war ein würdiger Gegner und hat auch sehr gut gespielt. Es war ein sehr hartes Spiel. Sehr hart und gekämpft. Am Dienstag geht es schon wieder weiter. Wie werden die Batterien bis zum Dienstag wieder aufgeladen? Ja, sicher gut zu schlafen. Ich meine, wir wollen sicher nicht viel machen und gut regenerieren, also erholen. Viel schlafen, viel drehen und dann kommt es schon wieder gut. Der nächste Gegner heisst Davos am Dienstag. Hast du mir ein paar Worte zum Gegner aus dem Bündnerland? Ja, sicher auch eine sehr gute Mannschaft. Die sind offensiv sehr stark, haben wirklich das Zeug dazu, Goldschiessen und das heisst, wir müssen die Defensive sehr gut stehen. Ja. 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 Ja.